Vom Felsentheater wisst ihr ja, Max ist immer mit auf der Bühne. Sie ist sehr musikalisch, sie tanzt auch, aber sie tanzt nur einen Linkswalzer. Da ist sie sehr kapriziert, Linkswalzer ja, aber was anderes nicht. Herr Professor, kannst du kurz einen Linkswalzer bitte einmal intonieren? Tanzen jetzt, tanzen, tanzen, Max tanzen, tanzen. Ich bitte um Verzeihung, das war ein Rechtswalzer, es tut mir wahnsinnig leid. Herr Kares, hunds mich nix dafür. Ein Linkswalzer jetzt bitte. Eskelda. Eskelda, Max. Eskelda, Eskelda. Eskelda, Max. Eskelda, Eskelda. Eskelda, Max. Eskelda. Eskelda. Jetzt stellt euch vor, ich mache ein Zirkusprogramm. Der Hund tanzt 15 bis 18 Sekunden, wird schwindlig und voll dumm. Wir haben ja gesagt, also mit Las Vegas und der Sprung durch den Feuerreifen. Wir haben es vorhin probiert, die Feuerpolizei war da, geschockt. Bürgermeister auch noch gefragt, der hat einen guten Trot zur Feuerwehr. Nix kommt nicht in Frage. Das Feuer kommt nicht in Frage. Das heißt also, Sie müssen sich jetzt zwei Dinge in Ihrer blühenden Fantasie vorstellen. Erstens einmal, der Reifen brennt lichterloh. Und zweitens, die 16 Kilo schwere Wasserhündin, müsst ihr euch vorstellen, in der weißen Farbe, ein brüllender Tiger. Geistern ist er noch gesprungen. Max, habt euch hier. Was wäre ein Leben ohne Humor? Dankeschön fürs Kommen. Vielen Dank.